Oh, moin moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege. Heute mal mit Kim statt EyeTouch, der EyeTouch hat uns ja in den letzten Folgen etwas begleitetet. Ja, und jetzt ist der Kim da. Hi Kim. Ja, einer muss ja machen, ne? Ja. Entschuldige mich auch schon mal für... Entweilige Kotz-Attacken? Ja, entweilige Moos-Attacken oder sonst. Der Form, weil ich bin momentan ein wenig gesundheitlich angeschlagen. Haha, angeschlagen. Verrückt. Ja, ist nicht ganz so geil, aber gut, was willst du machen, ne? Nee, kannst du nichts machen, ne? Kannst du nichts machen. Kannst du nur aussitzen und in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Das ist korrekt. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter gefordert. Ja, den Bio-Gefahrgutbehälter gefordert. Oh, nein! Schauen, ob ich heute wieder so ein richtig geiles Aiming habe. Richtig geil, wie gesagt. Idiot. Aber ich mag das eigentlich nicht so, die erste Runde zu verteidigen. Das ist gar nicht so mein Ding, ey. Oh, da kommt schon was. Sie kommen rein. Mal ein Stück weg. Ich bin auch schon weg. Sie haben eine Granate reinwerfen wollen. Sie hat... Oh, verdammte Scheiße, der ist schon aufgeregt. Oh, Scheiße. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Da ist auch noch keiner drin. Ja, aber es ist scheiße hell draußen. Ja. Kommen wir denn shit hier rein. Ich kann es nicht aufbauen. Okay, warte. Ja, jetzt. So macht man das heutzutage. Ich bin direkt bei dir. Das ist ein bisschen ungünstig, glaube ich. Naja, die anderen räumen auf. Aber es ist schon brutal hell. Das ist eklhaft. Ach, guck mal da hinten. Direkt vor uns. Da ist eine direkt geradeaus... Er hat mich. Er ist quasi im rechten Eck. Hast du ihn? Nein, das ist ein Schild, Alter. Hinten dran ist aber noch einer. Also nicht in dem Raum drin, sondern... Kennst du? Ja, also war er bei mir. Scheiße auf das Schild. Achte auf den Gang. Nicht, dass da was durchkommt. Nee, nicht der Gang, meine ich. Ich meine den Gang. Genau da. Well, äh, ja. Oh, oh. Da ist er, da ist er. Oh, fuck, ich habe gerade abgedrückt. Ja, ich glaube, äh... Das könnte lustig werden. Ja, Vorzeichen stand eigentlich nicht schlecht, aber... Er hat Vorzeichen gesagt. Das ist unsere Falle, keine Sorge. Ja, mach das mal. Wow. Oh, Zeit läuft ab jetzt. Ah, scheiße. Schade, da hat er doch... Hey, wo ist denn das Z4 da reingeflogen noch? Ja, mich hat es da ein bisschen doof erwischt. Gleich am... Ja. Aber wir waren da beide ein bisschen doof eingesperrt auf einem Flag. Das war unglücklich. Ja, ist halt doof, wenn du kein Blitz hast, Alter. Weil sonst hätten sie gar nicht da lang gehen können, weißt du? Kein Blitz? Man den Schild direkt... Äh, Blitzer ist schon den... Der Z4, meinst du? Nein, der Bandit mit Strom und so, weißt du? Dann hätte man die Band zumachen können. Ach so. Ja, das ist immer so eine Sache, man muss immer abwägen, was willst du denn da nimmst du? Ach. Ja gut, ich meine, das ist immer so eine Einstiegsrunde, da kann man auch mal sicherlich mal ein bisschen sich besser ansteigen, gell? Ja, mei, da kann man auch mal verlieren. Ja, dann machst du Blitz auch, schein. Mal verlieren, mal gewinnen die anderen, das ist immer so. Ja, absolut. Mit nur einem Fußball, Laura, ja gut, ja gut, der Junge zockt, hier muss das ganz klar, ey. Richtig. Warum bin ich der Einzige, der auf der... auf der... auf der Strasse? Ich bin der Einzige, der hier auf der Strasse spohrt. Das kann doch nicht sein, hier. Oben. Oben? Sehr schön. Deni-Tief. Oh, das ist schön mit unserem Blitz dann. Ja, Bandinen. Huch. Oh, nee, ich wollte gerade mal den Kiddersprung machen. Hier sind noch welche unentdeckt. Einer. Mhm. Und ist das? Mhm. Dem kann ich zustimmen. Obacht nicht, dass wir irgendwo rausrennen, aber da wird der Rook garantiert irgendwo lurken. Ja, ich denke so. Äh. Unser Sniper hockt sich an eine Stelle, die echt scheiße ist. Warum ist da unten schon Fenster auf? Unser Kollege hier was aufgeschossen hat. Komm mal mit, oder? Gehst du rein? Ja. Okay. Dringe rein. Ich guck den langen Gang durch. Boah, hier im Sack. Wo? Wo ist's? Wo im Sack? Äh, links. Also rein und dann links. Der da? Oder direkt vor dir, ja. Ah, 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 ah. Alter, der Glatz versucht. Die Häuser. Oben auf dem. Ey, wo ist denn da? Ich weiß nicht, wo er war. Scheiße. Ja, der Glatz hat echt schlecht zu nehmen. Und er fällt runter. Lol, er ist festgeglitscht. Und dadurch hat er keinen Sturz fahren genommen. Hm. Kann man machen, ne? Der hängt. Der Glatz hängt. Ich glaube, der hat eine richtig gute Verbindung. Uah, 80er Ping. Splittergranate. Haha, starke noch zur Stelle. Ja, voll. Das ist letztlich schon drin. Der ist da an der Treppe beim Kinderzimmer. Was springt denn der Typ hier raus? Gegner. Ja. Was ist einfach rausgesprungen? Die Hardcore-Verteidiger Heinrich. Der Fuse ist jetzt im Badezimmer. Das Blick auf Schlafzimmer. Ach, die haben da zu. Okay. Am Nachladen. Gibt es da was oder was? Das ist eine Castle-Wand. Aber die, 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 die Haupttür zum Schlafzimmer ist gecastlet. Okay. Ja, Sledge hat auch noch einweg gesehen. Der Fuse ist hinten da, wo wir beide waren. Okay. Der letzte. Hinter dem Schrank, Herr Arten. Gegner neutralisiert. Schlitz hat ihn aufgeschlüpft. Aber ich hätte echt nicht gedacht, bei uns in der ersten Runde, dass da der, dass der Schrank einfach wegzusprengen ist. Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, gut, Granate direkt davor. Na, plötzlich war da so viel Licht. Ja, ist doch scheiße, ey. Ja, verdammte Scheiße. Wenn der immer so bei Tag ist und so mag ich nicht. Okay, dann haben wir Frosted und dann bin ich den Rook. Mit der konnte ich euch die letzten Folgen ein kleines bisschen sehr geil aufräumen. Oh, ja. So. Mal gucken, ob mir Lagerfeld noch das Paket rechtzeitig zuschicken können. The Carl. Mensch, Carle. Seitenbacher wüsli. Seitenbacher wüsli. So, und hier ist das Paket. Der gute Kaffee hat es rechtzeitig geschafft. Oh, ficken. Das ist, glaube ich, so ein richtig beschissener Huren-Spot. Ja, der ist richtig, richtig derbe. Also, ich habe Smoked. Das ist auch nicht so verkehrt. Na. Wo ist denn die verkackte Drohne? Oh, was. Mal hier. Mal die Krake. Achtung. Hör mir zu. Mal hier. Die Krake. Achtung. Oh, geil. Haha. So. Du schützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Fall. Ich pflanze mal hier ein Schild hin. Die dürfen das nicht so gut. So, Leute. Eine Kamera schon draußen im Garten ist kaputt. Da ist was. Da war einer. Boah, hier ist schon auf, Alter. Direkt im Kinderschlafzimmer. Welche Ecke? Oh, fuck. Geh weg, gleich. Geh weg. Du bist genau in meiner Schussbahn, Kim. Boah, da ist einer. Oh, scheiße. Wo ist der? An der Treppe. Also, an der Kleintreppe. Draußen aber. Also, kein Thema. Das Termite. Draußen. Und, sie sind drin. Ja. Schild. Jawohl. Nice. Geiste, Achtung. Sie nehmen jetzt gleich ein. Und. Puh. Loll. Ich kann dir sagen, wenn von hinten einer kommt. Und kämpft. Da ist noch einer drin, Alter. In der Falle oder so. Yo. Ey, scheiße, ey. Ich war da irgendwie ein bisschen so überfordert. Aber einer war noch drin. Ja, ich habe ihn gesehen. Auf den habe ich dann nachgezielt. In dem Moment, wo ich erschossen wurde. Ja. War der in der Falle drin, oder was? Nein, der war direkt hinterm Behälter. Ah, okay. Oh, habe ich mich erschrocken, als der da... Oh, als der mich erschossen hat. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich kann. Das war überraschend. So. Matchball. Den können wir am besten. Wenn wir ihn selber haben. Ja, unter Druck. Da kann ich erst richtig gut arbeiten, weißt du. Ja. Aber bisher haben immer die Angreifer gewonnen, von dem her. Schauen wir mal, ne? Ja. Ich bin schon wieder oben. Ich weiß nicht. Kann ich bestätigen. Selber auf Ort wie vorhin. Also, Elternschaft zu machen. Ja. Ich wurde zerstört. Nein. Ein Lurker wieder. Ich hätte eine Idee, wenn der Typ da unten bleibt. Kim. Ja. Ja, der bleibt da. Dann gehen wir jetzt direkt nach oben. Eine Drohne wurde aktiviert. Hat die, haben wir eine Äsch? Nee, ne? Ja, ja. Der ist da, wo der Puls aufmacht. Ja, ja. So, dann machen. Wo ist denn der? Welcher der Doc? Nein, 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 nein. Ich war ganz hinten, der hat mich erwischt. Was soll denn das? Der war unten in der Tür, äh, in einem Treppengang. Okay. Also, auf deiner Seite in dem Treppengang war er. Oh, hier ist auch krass. Scheiße. Hast du nichts zum Aufmachen? Nee. Da ist ein Fenster auf dem rechts von dir. Ja. Den, der da drin war, den habe ich erwischt. Oh, da ist doch was. Links, oder? Ja. Oh, Alter, du hast das Ding aus dem Weg geschossen. Blitz ihn, blitz ihn, blitz ihn. Er ist runter. Er ist runter, er ist runter. Pass auf, da kommt jetzt gleich hinter dir hoch. Mach ihn dann, äh, mach ein Foto von ihm. Ja, I try to. Er kann nur von rechts kommen. Foto. Okay, scheiß drauf. Ah, links, links. Ah, okay. Oh, nein. Das war zwei da, ey. Die Schweinepriester, du. Der kommt gerade rein. Aber ich hab sie viel auf die Luft geschossen, habe ich auch nicht. Naja, ein klein bisschen glücklich, kann man sagen. Zwar Absicht, ja. Das war kein Glück. Ja, belassen wir es dabei. Bei unten, Alter. Hätte ich auch nicht gedacht. Und der Dock hängt noch im Raum drin. Na gut, aber jetzt hat er sich gerade hier umgerüstet haben. Alter, der hat meine Drohne gefunden. Im Ernst? Bewegt mal. Was tut er? Weiß er, glaube ich, selber nicht so genau. Nö, nö. Aber das pisst mich wieder an, dass der mich da unten weggeschossen hat. Mit einer Schrotflinte. Ja, ja, waren beide mit Schrotflinte, Alter. Puls und Castle. Auf allem, der hat mich so erschossen. Äh, aus der Position, wo ich gedacht hab, okay, da bin ich eigentlich sicher. Der ist tot. Ja, das ist halt immer ein bisschen gay mit dem Scharfschützengewehr. Ja, mit dem Scharfschützengewehr so auf Panik, auf Krampf, Alter, hast du keine Chance. Nö. Kommt nicht durch. Ja. Gute Idee. Boah, ja. Ach, da. Der ist ja ernsthaft. Ja, gute Idee. Und tschüss. Oh, ja. Ja, immerhin habe ich Leute getötet. Entschuldigung. Dann gesagt, zu mir, Alter, ich bin viermal gestorben, kein Getötet, kein Assist. Na, du warst schon eher voll dabei. Ja, mit dem Bremsstand nur dabei, ne? Ja, ja, ja. Ich bin auch direkt, immer am Anfang direkt draufgegangen, Alter. Ja, Blitzes Schild ist auf der Konsole einfach, glaube ich, keine gute Idee. Ja, liebe Freunde, die dienste dir, vielen Dank. Trotzdem wirst du schon, hat Spaß gemacht. Wenn ja, gib einen Daumen nach oben und... Subscribe und like und teilen. Oh, er hat es doch doch geschafft. Bis dahin. May the fun be with you.